Jut, ich wäre dann soweit. Nice. Uh, da ist er golden mittlerweile. Der Rahmen von dem Profilbild. Wie hast du denn das geschafft? Naja, ab Level 60. Ab Level 60 für der Golden. Wie hast du denn das geschafft? Ich dachte, mit Skill hätte ich mir nicht denken können, dass ich damit nichts zu tun hatte. Aber ich dachte, ich frag mal nach. Höflichkeitshalber. Ja, 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 nett von dir. Was gibt es bei dir Schönes zu crunchen? Seven Days, Bake Rolls, Brotschips, Tomate, Oliven. Tomate, Oliven, ich bin ja nicht so ein Oliven-Fan. Aber ich liebe die Dinger in Knoblauch. Ich bin ja nicht so der Tomaten-Fan. Aber du willst das für die Oliven sozusagen? Ne, der Geschmack insgesamt ist geil. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Bei mir gibt es den schönen Crash. Oh nice, dann gehe ich aufs Schiff. Good old Apex. Was gibt es zu lachen? Das gecrunche. Das gecrunche, ja, ja, ja. Ich guck dabei immer auf den Discord, was das Mikrofon aufhängt. Und im Prinzip ist das alles. Ja, ja, das ist ja nun mal auch keine dezente Geräuschkulisse. Ne, leider nicht. Ja, tut mir leid. Ach, das ist, ich, ich kenne ja die Vorzüge des Crunches. Eben, genau. Ja. Ich habe auch noch so ein bisschen Lootbedarf tatsächlich. Aber du lootest mir jetzt hier nicht alles weg. Aber die Hälfte. Nee. Gimmi, 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 gimmi. Ah, hier ist los. Auch noch einer für mich oder nur einer? Nee, da war nur einer. Ist doch klar. Inwiefern war das klar? Naja. Man darf doch Hoffnungen haben. Darf man. Die dürfen aber auch enttäuscht werden, ne? Die dürfen auch dann enttäuscht werden. Das ist leider so. Wolltest du nicht, Zip, dein? Wo gehst du hin? Äh, in Richtung Leben? Fragezeichen. Ja, dann bist du da, aber ein bisschen... Alter, was war das denn? Alter, was? Hier war so ein Octane Jump-It. Ja, genau. Das habe ich auch versägen genommen. Was war das? Hat hier gerade jemand schon... Octane? Ist das ein neuer Hero, oder was? Das ist von Octane, die Ulti, ja? Lol, krass. Waaaaaatt? Ja, ja, offenbar hat er jemand schon Octane. Was? Ich hielt das für einen Bug, ehrlich gesagt. Aber krass. Was? Will da jemand Octane? Boah, ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ich höre Schritte. Ja. Wir sind da. Alter, was war das jetzt für ein Chaos? Ich bin da. Oh, wir sind alle down. Oh mein Gott, war das ehrlich? Ich bin da. Die haben uns von unten. Wir konnten die uns rushen. Oh mein Gott, war das schlecht. Direkt an die große Tür und rein. Ja, klar. Okay. Oh nein. Hinter uns direkt zwei Leute. Drei Leute. Ganzes Team hinter uns. Ich habe einen... Einen Hit gegeben und einen bekommen. Hab einen gedowned. Ich hab vor allen Dingen keine Waffe. Ja. Hast du ne Waffe? Keine Muni jetzt mehr. Okay, ich hab ne Waffe. Wenn auch nur ne Mosambik. Also sowas ähnliches wie ne Waffe. Wo sind sie denn? Da oben sind sie seine Blades. Fuck. Pass auf. Alter Scheiße, die kommen alle. Ich werd geretzt von der Bangalore. Ja. Sauber. Bin wieder da. Die sind auch da drin. Jawoll. So muss das. Ich hab jetzt nicht so viel partizipiert. Aber ich war ein seelischer Beistander. Ich sage, wir landen hier. Oder gehen wir in den Sumpf. Ne, wir gehen mal in den Sumpf. In den Sumpf? Ja. Na gut, dann diese Runde keine Ambitionen. Hauiuiui. Peacekeeper. Ich nehm die Peacekeeper. Vielen Dank. Sehr nachvollziehbar. Ich hab leider keinen Loadout, das mich zu spontanen Gesangseinlagen hinreißen würde. Aber mal gucken. Vielleicht erinnert sich das ja noch. Aktuell ist es Half-Working Alternator. Ich denke, das wirst du nachvollziehen können. Dass das jetzt nicht so... Nicht so mein Traum ist. G7 Scout hier. Hast du die G7 Scout gepinkt? Mhm. Ja, ich dachte, du willst dann vielleicht... Ja, aber... Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ja. Vor allen Dingen ne Vanilla G7 ist halt echt... Wem bringt die denn was? Wenn du die nimmst, dann ist halt immer schon Spekulation. Eine G7 zu nehmen ist immer Spekulation. Ist ein bisschen wie in Aktien zu investieren. Was ist denn los heute mit den Waffen? Verstecken die sich aktiv vor mir? Darf ich mir das hier zusammenreiben? Dass ich immer noch mit einer Havoc und einer Alternator rumrenne. Zur Erinnerung, letzte Runde bin ich mit einer Devotion und einer Eva rumgerannt. Bis zum Endgame. Also zu meinem persönlichen Endgame. Weit entfernt vom tatsächlichen Endgame. Ja. Weit entfernt vom tatsächlichen Endgame. Ja. Weit entfernt vom tatsächlichen Endgame. Ah, ne PSG war immerhin. Es ist Licht am Horizont. Fuck. Fuck. Ah, da traf Anti-Skill auf Anti-Skill. Leider hab ich trotzdem verloren. Da unten. Ich hab nur Mons am Weg mit drei Schuss. Oh shit. Ich hab nur am Beacon. Bist verspricht nicht. Ist da gut. Ich bin schau, bruhl. Ich bin schau. Ich bin schau. Ich bin schau. Au! Oh fuck, man! Diese scheiss Granate hier. Fünf Schuss hab ich noch. Drei mit der Mosambik. Oh ja, let's go. Schön. Der hat sogar gesessen. Okay. Voll stopp. Ja, der hat glaube ich noch einen Hit. Oh, etwa so knapp. Mehr war nicht drin. Mehr war einfach nicht drin. Ja. Wie viel Damage hab ich gemacht? 182 Damage hab ich gemacht diese Runde. Crazy. Mit eigentlich nichts. Eigentlich nem Stock. Und gutem Willen. Jetzt lad ich in's Spiel. Warum lad ich jetzt in's Spiel? Oh, da bist du. Ja. Aber mit als wer? Als... Nein. 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 Das gibt's nicht. Das machen wir jetzt mit Brother Horde. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Das hast du doch geplant. Das ist doch ne Entriege deinerseits. Das ist so ironisch. Auf gar keinen Fall. Boah, diese dreckige, dreckige, schadenfrohe Lache. Die sie immer so hintenrum nach oben aussteckt. Das ist die schadenfrohe Lache. Ja. Hat immer diese Melodie. Er hat Bock auf Loot, auf Loot, auf Loot. Ich hätte Bock auf Loot. Er hat Bock auf das Loot. Denn das Loot tut so gut. Nein. Nicht die billigen naheliegenden Reime. Dann reimen wir gar nicht. Wenn wir so reimen müssen, dann reimen wir gar nicht. Nur diese Reime. Nur diese Reime. Auf keinen Fall diese Reime. Nur diese. Das sind so Reime, die Grundschüler, Grundschullehrer benutzen würden, wenn sie einen coolen Rap konzipieren, um ihre Schüler zu erreichen. Hey, hey. Wir lieben Schülerlein. Kommt herein. Ich lade euch ein zu meiner coolen Rap-Show. Du verstehst, was ich meine. Ihr hört den Flow in meiner Stimme. Mir juckt es in der Kämme. Perfekt. Und auch sehr grundschultauglich. Und alle Sechsklässler. In ihrer was, Herr Schmidt? Wow. Ohhhh. Du musst den Phönix-Kett nehmen. Kommst du mit? Bitte push mit. Ich bin da. Oh nein. Ich hab's. Ohhhh. Bin ich dumm. Ich hab's. Einen hab ich. Mhm. Einer lebt noch. Sprint. Auf der anderen Seite sind die anderen. Ja. Ja. Fuck. Ich bin down. Pass auf. Da, 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 da. Der Bloodhound. Pass auf. Oh, beide. Alle drei? Ja. Alle drei? Ja. Okay, push mich. Ah, fuck. Insgesamt also ein peinlicher Abgang. Kann man mal auf der Seite halten. Absolut.